Hallo liebe Zuschauer, das ist kein Dschungel, sondern der Nutzgarten meiner lieben Pitti. Das ist bisher gewachsen. Überall sieht man so kleine Pflanzen in Gefäßen. Die Blumen hat sie soweit auch hier schon eingesetzt. Wir hatten heute morgen einen starken Regen, da stand das ganze Ding hier unter Wasser. Aber es soll komplett mit Blumen besät werden. Bis zum nächsten Mal. Sie hat ihren Nutzgarten. Auch ausgeweitet, wie man sehen kann. Hier draußen ist das nächste Feld. Das soll demnächst umzäunt werden, damit Jem da nicht reinkommt. Sie kümmert sich jeden Tag darum. Und ja, es ist ihr Hobby geworden. Hier hat sie neue angepflanzt, beziehungsweise aus den Töpfen rausgeholt, weil die da nicht richtig gewachsen sind. Sie hatte nämlich ein paar Exempel hier reingetan im Boden. Und die wachsen viel besser. Hier drin sind auch Blumen. Also wenn ich es so richtig erahne, sind das Tagetes, glaube ich heißen die auf dem Deutschen. Also vom Blattwerk meine ich wäre es das. Das sieht so aus wie Schnittlauch. Sie hat sich noch mehr von den Formen hier bestellt, wo sie die kleinen Setzlinge reingesetzt hat. Hier, das muss noch gemacht werden. Ja. Und hier wächst auch alles super. Ein Mann weiß ja, wenn die Frau beschäftigt ist, dann gibt es auch keinen Ärger. Und so freue ich mich, dass sie ihr Hobby gefunden hat. Du sagst Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020